Hallo Freunde der schlechten Unterhalter und willkommen zu Let's Play Minecraft Season 2 mit... Hallo, hier hinten in der Baume. Ihr hört schon von Bush Mensch und ähm... Ja, so, spielen wir doch los. So, wir haben jetzt übrigens Season 2, ja, wichtige Sachen und so halt wahr. Boah, ganz kurz im Moment, ja, die Musik ist gerade so kacke laut, ich muss ja mal ganz kurz... Musik, kurz runterdrehen. Ich hab keine copyrightfreie Musik zur Hand. Wunderbar. Deshalb nehmen wir Minecraft Musik. Minecraft Musik. Hä, was ist denn das? Ich kann nichts abbauen. Wir sind schon am Spawngebiet, oder? Äh, nein, ich... ich hab dir noch keine Berechtigung gegeben. Achso. Ja, wunderbar. Was spielt man eigentlich? Äh, Survival, oder? Survival, was sonst? Ja gut. Oh, ich kann jetzt hier noch zehnmal den Baumstamm abbauen. Sieht ganz gut aus. Yay, ich wurde das im Operator nannt. So, ich muss jetzt bloß nochmal nicht Super Secret Settings, sondern... Äh, irgendwo war das. Ich war... ich fahr uns schon mal ein bisschen Holz. Ja, Multiplayer Settings. Hast du eigentlich einen Plan, wann die Season 2 onkommt? Also, in wie vielen Monaten? Ähm, gleich, sobald unser Account wieder... Echt jetzt? Geht, ja. Gut, dann kann ich jetzt schon inzwischen zum fünften Mal ankündigen, warum eine so lange Pause war. Sobald das hier onkommt, wird es der 7. November sein, denn... Es gab dann fünf Tage Verzögerung wegen Max seinem Handy... äh, was war das? Nichts Handy, sondern wegen seinem Tablet, genau. Was probiert hat anzumelden, was Google natürlich viel als verdächtige Aktivität gesehen hat. Und ja, also wie gesagt, den Krieg haben wir ja euch inzwischen schon mehrmals erklärt, wenn es noch nicht weiß, guckt auf die Webseite. Ja, mehr können wir dazu nicht sagen. Und ich hab mich schon tierisch aus Season 2 gefreut. Oh, Max1508 hat den Erfolg erzielt, dreimal auf Holz geklopft. Übrigens, ich hab heute unsere Webseite abschmieren lassen, kurzzeitig. Du hast ein Dustin gekriegt. Ähm, Update. Ja gut, aber ich weiß gar nicht, weil mit dem Playing braucht man ja eigentlich immer Themen, worüber man schwach will. Also Max, was wollen wir nehmen? Wir haben die Wahl zwischen Ebola-Zombies. Ich hab, ähm, Themenvorschläge von meinen eigenen Zuschauern. Die hab ich immer mit dem Alex angesprochen. Okay, dann sag mal an. Ähm, Moment, äh, Handy. So, Handy, YouTube Creator Studio und, ähm, Skid. Gibt's da so schöne Sachen, ach ja. Ähm, wir sollen mal über die Schule reden. Ja, okay, was kann... Also, fang du mal an, okay? Ja, also, find ich gut. Ist toll. Ich versteh mich sehr gut mit so gut wie allen Lehrern. Wird's schon Nacht? Nö. Ich krieg Panik. Wird's schon Nacht? Ähm, ja. Was sieht zu dunkel aus? Wird echt schon Nacht? Aua! Nö, es wird morgen. Hä, was? Komm, wir müssen schon ferspielen. Hast du Mops an? Nee, der Server lief ja schon ein ganzes Stück, bevor wir eingefangen haben. Deshalb, äh, darf ich das... Ach, da ist das. Also, Leute, falls ihr, weil wegen der Scheiße da schreibt, die Kommentare, Max ist ein Cheater, ja? Danke. Der muss auch mal den Kopf gewaschen kriegen. Wir waren beim Thema, auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viel privat mit Lehrern zu tun. Und, ja. Was soll ich denn sagen? Meine Mutter ist die Lehrerin. Ich habe noch privat mit Lehrern zu tun. Nee, aber ich habe zum Beispiel meinen Mathelehrer auf Skype. What? Alter! All das, das habe ich, das habe ich auch noch nicht hingekriegt, meinen Mathelehrer bei Skype zu haben. Und weil ich ehrlich sagen muss, unser, äh, lass mal das Thema Lehrer jetzt mal konkret ansprechen, so, was seine Hit ist, so von, welche Lehrer magst du total und welche gar nicht? Oh, ich mag eigentlich, also, äh, sind, also, ein Lehrer, den ich am meisten mag, ist, äh, wie vielleicht daran zu erkennen war, mein Mathelehrer, äh, weil der ist cool, einfach, um das einfach zu sagen, weil, ne, der hat's, der hat's drauf. Und, äh, naja. Aber ist der auch so kompifter Crack wie du? Äh, ja, er ist Informatiklehrer. Ach so, alles klar. Das ist eine beliebte Kombi, Mathe und Informatik. Ja, ich mache auch mit ihm zusammen an der Schulwebseite, arbeite ich da. Ach ja? Ah, ich mache zusammen die Schulwebseite, ist ja geil. Bin ich zu blöd, um das Scheiße abzubauen, oder was? Oh, ich habe einen Fichtensetzling erhalten. Ja, ähm, wie soll ich es beschreiben? Das ist... Nett, der ist halt sehr locker und den regt überhaupt nichts auf, den kannst du nicht aus der Ruhe bringen. Ja, also genauso wie dich, oder? Außerhalb, wenn Alex wieder die, den YouTube-Channel oft zum Sperren bringt. Dann, dann ist Feierabend, mein Lieber. Also, wenn... On wants ein Baumhaus, oder? Äh, ich warte... Oh, mein Hase! Erstmal Hasenvergewaltigen! Ja. Ja, ah, 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 ah. Also, wenn ich bin fertig, redig mal drauf. Ja, bin fertig, wo bist denn du? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, wenn mein Mathelehrer mal rumschreit, dann nur aus Spaß. Ja. Cooler Junge. So, Max, wo bist du? Ach, da hinten. Boah, Max, meine Schöne, komm mal her. Ha, ha, ha. Schön, ich geh, ich geh Schulhof. Jemand kann man eigentlich sprinten jetzt? Ich habe das Game so lange nicht mehr gezockt. Double W. Ach ja, stimmt. So, hier am See könnten wir uns ein Haus kredenzen. Warum das denn? Am See? Wo du da drüber, und ein Glas drüber baut. Okay. Wir haben auch in der alten Season, also in der Season, die ich mit dem Alex gemacht habe, ähm, gab es auch ein Haus über einem See, da, der ist immer noch drunter. Und wir bauen uns so einen unterirdischen Scheiß. Aber pass auf, ich habe jetzt hier meine Crafting Bench, oder wie das auch heißt, ja, fort. Äh, wo soll ich denn die hin planten? Pack mal irgendwo hin. Ja, gut. Nein! Oh Mann, ich bin so inkompetent, Sie, manche Mal. Ja, bist du. Das kann ich bestätigen. Hier ist die Crafting Bench. Das kann ich aus eigenem Anbau bestätigen. Ja. Ich mache uns mal ganz kurz ein paar Stacks. Hm, ich würde mal sagen, ich mache mal ein bisschen Stein. Also, ich hole mal ein bisschen Stein. Ja, ich habe uns hier kurz ein paar Stöcke gemacht. Also, Moment. Stein machst du bitte. Hier mit? Ja. Nee, ich habe mir schon... Ja, ich brauche mal kurz weg, hier, für dich. Nee, ich habe schon besorgt mir was. Ach so. Ich habe schon besorgt mir was, okay. Dann nehme ich jetzt mal das hier. Mach uns auch mal ein bisschen Stein. So. Der hinten am Berg sieht... Ey, warte mal! Pass auf! Neh mal kurz dann den Scheiß mit, wir bauen uns ganz oben auf dem Berg in unser Haus, ja? Okay. Dann mache ich uns doch ganz kurz eine Axt. Wir müssen uns bloß was zu essen beschaffen, langsam mal. Ach, als ob. Der Typ kann schon was. Ich hoffe ich zumindest. Ich besorgen, wir spielen übrigens auf Ort, ne? Oh, scheiße. Ich pull mir bloß mal ein bisschen Stein, damit wir dann Schwerter draus machen können. Und einen Ofen. Ja, und mein Schwerter mache ich gerade schon. Aber halt aus Stein, ne? Ja. Wäre praktisch. Also pass auf, wir haben jetzt... Oh nein, scheiße. Also ich habe zumindest gerade Scheiße gemacht. Weil ich einfach mal so ein fucking Minecraft-Nubi-Bubi bin. Also wir haben jetzt hier ein Schwert. Und alles haben wir. Ja, dann baue ich noch ganz kurz die Holzkiste ab. Sag mal, wollen wir irgendwann mal auch andere Leute mal mit zum Let's Play einladen? Ja, es gibt einige, die mit mir schon zusammen machen wollten aus Brickforce, die ich da kenne. Ich kann da mal rumfragen. Aber es sind alles so die Minecraft-Profis. Also für mich ist zumindest so was, wir können zum Beispiel... Wir können gerne mal bei dir richtig auf normal auf dem Server zocken, weil du hast ja den eigenen. Aber so Minecraft-Season würde ich eigentlich nur machen, das Team 3-LP. Gut. Also pass auf, ich baue schon mal ein paar Steine ab, ja? Ja, ich habe einen halben Stack Steine, dann... Geh, geh. Komm erstmal hin, wir gehen jetzt erstmal auf deinen Berg. Ich bin schon am Berg und baue da ab. Ich komme mal zu dir. Hey, Alter, ohne Cheats oder sowas, Teleporting, einfach nur so, ja? Das ist Cheaten. Ich denke, Teleport ist erlaubt, das habe ich mit dem Alex auch immer gemacht. Nee, komm, das ist nervig. Nur wenn man sich nicht mehr findet. Ich habe dich nicht mehr gefunden. Achso. Hast du ja auch schon voll lange gesucht, ne? Ja. Ich habe geguckt. Nö, kein Olli da. Tschüss. Oh, Schweine. Hurra, hurra, der Olli, der ist nicht mehr... Es gibt Schwein heute Abend, roh oder gegrillt? Ich trinke es erstmal um. Dann müssen wir weiter, ob es das heute gibt. Was machst du denn, das heute so mit der Hand persönlich mal zu Tode massiert, oder...? Mit Spitzhacke, aber... Mit Spitzhacke. Denn es ist am Berg halt schlecht, weil die Schweine fallen runter und ich kann ja nicht hinterher springen, ne? Oh no, Alter, ich habe immer übelste Hunger. Was ist denn das für ein verwöhner Drecksplag, mein Minecraft-Charakter? Ja, wir spielen ja fort. Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen. So, lass mal gucken, ich habe jetzt auch einen halben Stack, ich bin dann mal wieder auf dem Weg nach oben. Ja, ich habe... Ey, komm, lass es jetzt einfach mal. Einfach jetzt aber aufhören, an den Einstellungen rumzuspielen, das wird ja langsam krank. Ich mach dir ja nicht, ich mach ja bloß... Oh, ein Huhn. Ich werde es töten. Ich mag keine Hühnchen. Magst keine Hühnchen? Also ich mag Hühnchen schon, aber höchstens als Chick-Mack-Nuggets. Lass ein Hühnchen am besten. Aber auch so ein Grillhüh... Ey, ich muss dir das erzählen, pass auf meine Schwester. Aber wir waren so neulich unterwegs, ich kam so vom Training. Und da ist so ein Lastwagen mit der Schafe vorbeigefahren. Da meinte meine Schwester so, oh, wie süß, die ganzen Schafe. Und da sagte meine Mutter so eiskalt, die werden zum Schlachter gefahren. Pass auf, jetzt geht es weiter. Ach, jetzt weiß ich, was ich verkackt habe. Eine Schaufel habe ich verkackt. Pass auf, jetzt sind die zum Schlachter gefahren, seitdem hat meine Zins als Status Rettet die Schafe. Ich will sie ein Patenschaf übernehmen und dafür ihr Taschengeld und sowas spenden. Das ist witzig, jetzt wollte sie wieder... Du musst wissen, sie wollte schon länger mal eine vegetarische Woche machen. Und jetzt hat sie die vegetarische Woche wieder angefangen und hat nach dem zweiten Tag schon wieder aufgegeben. Warum das? Keine Ahnung, sie kriegt es einfach nie hin. Boah, ich muss noch kurz die Wolken ausmachen. Ich habe die Wolken an, ich habe bloß meinen Schadermut rausgehauen, weil das hat einigen nicht so toll gepasst. Ist das ein Hühnchen? Heute Abend gibt es Chicken Wings. Lassen welche am Leben, die legen ja Eier und dann können wir welche züchten. Dann können wir uns auch in die Pfanne einfach rauen. Schweini-Max, Schwein, Schwein! Ja, heute Abend gibt es Hem und Eck, mein Lieber. So sieht es aus. Dann lass wenigstens mal ein bisschen Huhn übrig, dass man noch Eier haben kann. Wo ist hier noch ein Huhn? Ja, bei mir ist noch eins, aber lass das mal am Leben. Hier sind zwei Eier. Mach mal. Ja, ich habe, jetzt habe ich insgesamt vier Eier. Okay, hier ist noch ein Huhn. Kann ich das Schwein da unten töten? Ja. Schweine, die können sich ja nicht selbst stehchen, ja, aber... Na doch, da brauchst du zwei Schweine und die sind jetzt beide. Ja, aber Hühner reichen auch erstmal. Okay, ich baue kurz den Scheiß hier ab, ja? Den, das hier. Ja, und ich mache hier bisschen Platz. Ja, ist das, das, den Baum, wo ich habe, genau den Baum. Wir können ja dann auch, was ich kann sagen, ich habe noch eine Keule, ja? Keule, ich brauche was zu essen. Weißt, weißt du, was ich gern machen würde? Ich würde gern hier, ganz mal, Graffin-Table aufstellen, ich habe dann mal, baue ich mal... Ich habe sogar zwei, äh, ich habe sogar zwei... Du hast mein Fonds eingesammelt. Craft uns mal ein Stone, Teil, ne Ofen. Ja, Funaze. In Funaze, genau. So, und, ähm, was ich gern bauen würde, hier, wo wir gerade auf dem Park sind, zum anderen Berg rüber, ne Brücke, aus Glas. Also, ähnlich wie, äh, wo ist der andere Berg da drüben? Dann müssen wir aber noch so einen Anlaufpunkt nehmen, alter. Wenn ich hier einen Creeper runterspreng, dann gute Nacht, mein Freund. Ja, also... Was wir machen müssen, wir müssen uns da mal hier unten so einen kleinen Swimmingpool nehmen, wo wir dann immer so runterjumpen können. Ja, also ich, ich würde gern von hier aus, da rüber... Wo? Darüber. Von, von hier aus, in diese Richtung. In diese Richtung. Ja. Okay. Also da, wo ich jetzt stehe, in diese Richtung, ne? Wo der Mond aufgeht. Schubst mich nicht runter. Nein, nein, mach ich schon nicht. Sonst pack ich meine Serverkommandos aus. Boah, ich kann, das ist voll kacke. Alter, die Nacht geht los, ihr müsst jetzt ganz schön was zusammenzimmern. Ich denke, ich krieg das hier noch weg. Hier oben wird nicht viel passieren. Seid ihr da mal nicht so sicher? Okay, ich craft uns dann inzwischen mal kurz ein Haus. Aber wenn, das, äh, das, äh, es spawnt erst was, ähm, 25 Blöcke weit von dir weg. Mindestens Abstand braucht das, damit was spawren kann. Für mich trotzdem irgendwie beunruhigt. Aber gut, kannst du nix machen, mal. Wir haben eh alles, äh, ach ja, alle, die sich jetzt über meine, äh, Bau-Skills ein bisschen echauffieren, ja? Leute, das ist erstmal der Gruppe, wofür im Haus und die ersten Nachts. Ich kann sehr gut bauen, hast du schon mal ein Minecraft-Display von mir geschaut, dann... Nö, zum Glück nicht. Also eigentlich, wir und unser Alex, wir haben eine Riesen-Villa zusammengeschustert. Ja, ich bin übelst der, ähm, Bauer. Ich helfe dir dann damit bei. Ja, ich baue jetzt auch hier erstmal nur unser kleines Castello, dass wir überhaupt erstmal die erste Nacht erleben. Ich hab ja hier, ähm, das ist eins unserer Ziele, was wir uns setzen wollten, ne? Du musst auch nochmal das Prinzip erklären. Ja. Aber pass auf, mir wurde von einem vorgeschlagen, jetzt wir machen das so. Äh, wir, wir haben verschiedene Ziele. Die soll, die hängen wir in jedem Anfang vom Video mal ganz kurz rein. Und diese Liste müssen wir halt erfüllen, wenn wir die alle erfüllt haben, ist die Season halt zu Ende. Zum Beispiel jetzt eine riesige Villa bauen, etwas im Nether oder irgendwie sowas. Du weißt, du weißt, du weißt, ich hab auch noch, ich hab auch noch eine richtig coole Idee. Auf diese Brücke da rüber, ne? Ja. Mitten drauf, äh, wie nochmal.